Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Hallo und herzlich willkommen beim Pretty Nail Shop 24. Ich heiße Anna und möchte dir heute die Holiday Tattoos vorstellen. Die vielfältigen exotischen Tattoos stimmen dich auf die schönste Zeit des Jahres ein. Lass dich also in Urlaubsstimmung bringen und zauber dir ein mediterranes Ferienparadies, eine fruchtig exotische Strandbar oder den ganz besonderen Flair ferner Länder auf deine Nägel. Heute zeige ich dir, wie einfach du mit den Holiday Tattoos eine Unterwasserwelt kreieren kannst. Verlängere zuerst den Naturnagel mit Fiberglasgel über eine Schablone. Lass das Gel zwei Minuten im UV-Gerät aushärten. Überziehe dann die Hälfte des Nagels mit dem Farbgel Diamond Caribbean Blue und lass es nach oben hin auslaufen. Das Gel muss wieder zwei Minuten aushärten. Verteile nun das Farbgel Crystal Water darüber. Erneut muss das Gel zwei Minuten im UV-Gerät aushärten. Lege den Bogen mit den Tattoos in ein mit Wasser gefülltes Glas, bis sich die Motivfolie vom Trägerpapier abgelöst hat. Nun kannst du die gewünschten Tattoos mit dem Pinsel aufnehmen und auf dem Nagel platzieren. Modelliere danach den Aufbau mit Fiberglasgel. Nach dem Aushärten entfernst du die Schwitzschicht. Feile deine Modellage in Form. Trage mit der Malfarbe Sonnengelb einen schmalen Streifen auf den unteren Nagelrand auf. Mit der Malfarbe Smaragd zeichnest du noch einige Seegrashalme. Lass die Malfarben bitte gut an der Luft trocknen. Für die perfekte Haltbarkeit versiegelst du dein Design mit dem Carbon Colors Topcoat. Der Topcoat muss zweimal zwei Minuten aushärten. Entferne jetzt noch mit dem Topgloss Cleaner die Schwitzschicht. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser fantastischen Unterwasserwelt in Urlaubsstimmung versetzen konnte. Eine Übersicht unserer Nailart Tattoos und Farben findest du im Onlineshop. Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht dir deine Anna.